I'm a walker! Wenn man nicht fahren kann, sollte man es sein lassen. Fortschritte also der baum liegt ja auch schon ewig hier so oder hängt zu komisch hier ich glaube das war blöde okay ja 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 Was? Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Yeah. 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 Oh, es geht. Yeah. 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 Ja. Ja. Das ist ja gar nicht gewohnt wenn man das Sattel zu weit oben hat. Ach hier hoch? Ja. Kannst du nur hier hoch? Ja. Ja ja. Es könnte.. Das könnte.. Interessant werden. hey, schnell weißt du, dass das Laub so hoch sag, schnell weißt du, dass das Laub so hoch scheiße der blöde stein da wo der Aarung steht, gehts jetzt links rum, schöne Spitzkehre ja, ja ja, ich kanns auch nicht zu 100%ig, aber es hat einigermaßen geklappt oh, da hängt ein bisschen was tief dankeschön da haut er mir was in die Fresse ja, ich hab eben ein bisschen Ast äh verfeinkostum gehabt ja 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Weh! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein! Nein! Scheiße! Jawohl! Geht, 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 geht! Jawohl! Die Wurzeln sind gerade voll der Kampf, oder? Ja! Weh! Weh! Seh mich slicks vor dem Wind! Ja gut! 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 Entschuldigung ja genau wieder liegt es noch der hat im zimmer schon geleckt, der Drecksack deine Hände du hast die Prierer wie gesagt, das ist das schöne Stück ab jetzt wird es nur schlimmer umso weiter man runterkommt, umso hässlicher wird es umso weiter da runterkommt, umso hässlicher wird es also vom landschaftlichen Bild meine ich jetzt ja gut, ich fahr hier auch das erste mal runter und das mit dem Hardtail oh du böse Baum ja 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 deswegen da wäre es einfacher gewesen glaube ich da kommt er schon da runter ist einfacher sag links rum hast du einfacher noch kurz warten roll doch roll du Sau boah das ist fast wieder kein Weg ne boah ja ja eine umleitung da siehst du ja wie es da runter geht ne oh ja so Geh du da du 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 hey das ist das was ich gemeint hab weil da kommt jetzt eine richtig schöne böse Stufe und alles mach ich auch jetzt also das fahr ich auch nicht mit Martell ich glaub im Sommer kann man sich das vielleicht mal antasten mit dem Enduro aber er fährt halt einfach alles ja das Problem ist wir haben wahrscheinlich schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht nicht unbedingt beim Radsch fahren ja das ist wie gesagt im Prinzip haben wir jetzt fast schon Semi-Sleaks drauf also ich auf jeden Fall ja 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 sicher wenn du nicht vor mir fahren willst ich glaub ich auch nicht so ne gute Idee weil wie gesagt ich seh nämlich auch nur die Hälfte durch Kontaktlinsenproblem das ist kein Problem ja ja wow hohoho das ist geil das ist geil was oh Gott haha 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 wahrscheinlich wahrscheinlich ja wir sind ja gerade aufs Duschen die direkte Weg aber wie gesagt er ist schon recht abenteuerlich hier haha aber wir sind ja fast schon unten nur von der Seite ja da unten wo die Baumstammlager sind ja ja das Laub ist halt richtig mies ja 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 sag doch jetzt sind bisschen star in Wurzel wo ist denn der? hallo achon und ja da rein oder hier auf dem forstweg runter aber du bist schon drin ja da hat schon kaffee getrunken und gekocht ja man erkennt leider nix mehr ja genau genau bei lauter blätter sieht man leider nix mehr das nächste mal kehren wir halt vorher ja wurzeln find das echt widerlich mit den blättern sag ich doch ich bin unten unten mit kontakt aber ich bin unten ich hab gemein glaub ich muss meinen sattel entstoßen und hinten geben damit es vielleicht besser läuft ans rad aber ich seh grad zu meinem profil ne also doch es ist ja doch schon ein bisschen used alle ein bisschen unten und was sagt der herr enturomat feld gerne ja ja einfach ja ja es ist ja nicht die wenn du wenn du ö du ja du Das ist ein bisschen eng, oder? Blöder Baum Roll, 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 roll Ähm, okay Okay Blöder Baum Blöder Baum Punkt Untertitelung des ZDF, 2020